ARD Text im Auftrag von Funk 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 aber jetzt schubst er mich schon wieder die Saar dieser Fisch er war der gestürzt Prozent 2 Oro und du hast die Wanderung ja warum verfolgst du mich Gamer Kinder 16. Gämmel was hat die Macher Gamer 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 das ist hierher und das geht es immer tun ist es schäme denn man weiß was du mich angriffen habe ich habe geschrieben wo man der Schritt schrieb ja weil ich ihn umgebracht habe weil es war johann er hat ja auch hier auf dich geschlossen hat Prozent ich hatte Probecker ich bin der Hürgen Köln auch am Ritter aber auch am Tag war kann auch ab ein Katt der Punkte der Kürbungen auf Wurzelt er hat also als er sich ein guter Bart er war verletzt er hat er nicht vor Ort der Kenner hat er sich was gekauft er hat sich im Radar gekauft wo machen wir noch nicht stehen er macht er hat so gut nicht runtergeflogen und dann sind die Fahrer gebacken sind nach der juli an erlangen sind 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 damit auch so dass es ist anfangs der ist immer ganz kurz sie in der Hauke ein Mann der eine Böse der Natur wenn man seine Mutti die Ruhe um die Schöpfung rechtvoll ab die Stinke ich hab etwa zwei Ressort und Euro Euro die in Städt Spasskopf die Städte er hat er damit erst mal geschossen Prozent Prozent der Bildung bei der Form ist nur noch mit uns in die Städte der Aufmerksamkeit wegen Brau er hat fast wieder sein wird der Welt der Welt ist schaden manchen Prozent schüttert nicht Prozent das Tod aber ich hätte ich wollte wieder ein paar Jahre alt war aber auch auf der Klinik jetzt geschlagen werden ja weiß ich aber was ich dann aber weiß ich dann habt ihr gleich und wie viele ich hab drei und du gehörst du noch viel nach hier nach so alles auch hier steht gut das wird sich einfach ja stimmt ich habe gesagt eben auch 4 also alle noch mehr in sieben die ja Prozent die Welt da sind ich habe immer passieren er er kann was sogar er hat er nicht gewöhnt was er als wir sind gerade zum Pool gegangen ja wir sind zu dritt am Pool da oben ist einer, das ist Chadolette hallo, 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 hallo ich habe gesagt, wir sind nicht so blühten können was ist denn das hier? ah, hier ist keine Waffen der einzige Mal, der gestorben ist, sind irgendwie nicht Autos oder kommt das so vor? äh, ist doch einer gestorben ja, aber und keiner ist durch die Auto gestorben ne, also also, das ist ein Radar, vier Punkte angezeigt was? ja, dann ist einer des Geistes also entweder jemand des Geistes oder tot also, ich denke entweder der Gamer ist ok, ja, hier liegt der hier liegen zwei Leichen drei Leichen beim Pool ja, ich sehe auch gerade ich habe gedacht, irgendwie überlappen die Punkte, weil die Rache nur zwei sind das sind drei, noch zwei Leichen beim Pool was? bitte ist der Traitor tot was? Luca, ich habe Luca was? Luca, tut mir leid, ich habe sofort ja, 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 ich habe nur ein Twitter ich weiß ich danke, ich darf das Luca, du hättest du gewartet, ich hätte mich nicht entweder hätte mich nicht zu Tore geworfen, sondern hätte mich zu Tore geworfen ahl schief isch SC hm kleine illuminated aktuell sie geburt hat ich habe gerade ein Tick bekommen und habe gesehen es ist keiner im Haus ok perfekte Chance Gamer umzubringen Punkt ich wollte gerade ich wollte gerade aufs Haus drauf weil es ja mit keiner stirbt was hat keiner gemerkt dass das Gamer gestorben ist alle wurden auf einmal laut und dann hat keiner mehr Gamer gehört dann schießt er dem ins Gesicht und können ich hab nur irgendwann als er gesagt hat es nur nimm einen Satz abgebrochen als er gesagt hat es nur vier Punkte sind wo sich das Gamer Tod ist oder das Geist okay aufgebaut wird das Gamer gerade nichts mehr sagt er kann ich heiße wieder die Fertigke ab ob er ist derjenige Trader was hat der Schieb die Kirche das so vor allem er hat es fast tot er hat er dann würde er ein paar die Kräfte Prozent das ist los Prozent auch überfahren wollen gleich am Anfang der Runde Koffer zu kommen schon aus vor mit wo kann es denn die Zukunft in der Koffe es ist da oben er wollte gerade die Erholen Kopfschießen an der Tat ich bin oben ja das ist beobachten was ich habe aber gesagt ich will nur noch ein Jahrgang der Schauspieler der Schauspieler die Schauspieler die Köln gegen die Schauspieler der Schauspieler also meine Augen oder die Erwachsenen er hat auch wieder aus sich haben und da passt gut nachdem es ist auch das was er sagt weiter Tag er hat gar nicht Prozent der Mann kann er ist als gleicher Mann war so nicht und nun ja die Erdbeer und auch die Arbeiter an den Reihen er ist oben auf dem dach drauf oben auf diesem komischen dach wurde immer drauf ist dachte jetzt aber ich weiß wo es ist aber ich wollte diese leiter ja da ist noch eine leiche das ist ja lustig ich habe gerade meinen vater klärt wie teamspeak funktioniert ich weiß eigentlich meine eltern wissen nicht noch nicht mal wie man das ausspricht ach er braucht für wot weil er unbedingt mal in gesellschaft spielen will was ich hab nichts gesehen alter ich wollte mal sehen sie wieder auf Joshi jetzt musst du überlegen ob du das weiter siehst hier gibt's ne live? ja ähm wenn mal oh man ist ja ne shotgun, pump shotgun ey wieso ich bin krank ich hab ne scheiß stimme ich darf sehen ja und du bist so groß wie ich also von daher darfst du auch sehen vor allem was habt die grad ge... hey chevy das würde ich dir doch mal mal suchen warum nicht was da ist blöd das worsen das ist befreu das ist eine Kirie, Kat Allerzins, 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 Allerzins Kat Da gehörst du auch hin. Ja! 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 Traitoraum. Ja!! Ich wollt...echt? Hä? Von wem? Alter, was ist das für ne scheiß Kiste die mich... Warum bist du schon wieder, Dete? Keine Ahnung. Ich bin im Traitoraum. Ja! Fertig wenn er laut dem Axis hey es ist auch da ist wie ich glaube ich werde der Weltraum gelassen ich war noch auf dem Weg aber auch in der Welt die Welt und die Städte die Analyse und Männer und womit jeden Jahr und vor Anwalt im Grunde Alten und Jahr im Grunde jeden Tag das Männerklob ich bin der Maxis draußen was er hat mit ihr geht er hat mich jetzt in der Sennze Kertz Eilung an in der Nähe dann haben wir in der Nähe 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 aber auch in der Nähe Uhr war Warte Prozent was die Kumpel an der Nähe Euro wir haben aber es war ja das ist ein perfekter die Begründung die Begründung macht du ich bin hier oben das geht nicht da ist eine Bombe hochgegangen ich hab deine Pferde geschluppert der sagt Gott mal mit mir hat jemanden zu viel wow mal Donne ich ups da gibt mir zu viel Chili gegessen da kann ich dich okay komm ich hab ich hab ich hab's beim ersten Versuch geschafft ey ey weißt du bist ja auch so groß wie ich bin bei dir ist so kein Problem da kann man uns bin mir so ein das ist ja eine Bollingkugel Hrwa du bist so ne Feis ey ey geil mi naiz der läuft dann eine Leiche vorbei ne warte 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 ist so mi naiz ey warum läuft dann eine Leiche vorbei von dir selber hä mi naiz und Taka hä ist es mi naiz tja aaa leute ich leute helf mir helf mir ich wo da ist ja mi naiz und Shirdi 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 er hat auf mich geschossen Junge er hat auf mich geschossen Junge ha 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 ja ja eben er hat wirklich auch mich geschossen ja ich habe mich geschossen weil du dir weil jemand gesagt dass du es bist ich meine ich bin ich bin mir vorbeilaufen dank ich dachte mir wieso läuft mir das an einer Leiche vorbei oder Taka einer von den beiden hat wirklich auf mich geschossen ja ich hab dich geschossen aus dem Grunde weil du neben einen Trader stand ohne auf ihn zu schießen Julien hau hat auf mich geschossen hat mich dadurch verletzt und das habe ich meine Ausrede und das sei nicht meine Ausrede Taka und du hast gesagt hä und du warst der Täter weil du neben naja dem das Geist dem das Geist dem Beispiel was Tama Taka eine Frage weil du willst mich auf Kronenack damit in die Fall aktivierst aber übrigens das ist keine Falle einmal aber auch doch 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 wenn man schwebt der raum Prozent er hat aber auch immer die Identität an was soll ich hatte gar einen herzinfarkt ich danke dir dafür wir können sich viel zu schnellen herzinfarkt jetzt habe ich die Verschiede sollte mal abgeholt werden sollte zu kriegen er hat jemanden im Mai er ist nicht erlaubt immer so groß wie er hat mich aber das ist nicht was gebraucht wird auch zu bleiben bei einer Art und gerade war er hat das nicht so gut wenn er hat das erste Mal ist da habe ich bin ich habe auch die Nachmittag mit Jürgen 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 er hat eine Art Probeber das was kann er als Probe anpacken und er macht am Probe und das ist das Böse und ich bin jetzt echt schal dass ich kann die Technik geworden dafür verabschieden Scheißspiel du bist an die Technik geworden ist ein Scheißspiel Scheißspiel ist ein Zehntemann mit Kliniken in der Dänze ist ein Verhältnis mehr und wenn es mäßig wenn ich ein Tick gewohnt so ist die Frau das hat er in der Nähe von Eichhörn eine zweite Woche habe ich habe den Siegel gefunden aber ich sie noch nicht auch in der Nähe der Wettbewerb ist natürlich die Dreieck danke aber ich möchte nun haben ich wette wenn ich weiter wäre es und wird sich keine Wunderte der Medizin in der Kontrolle ich bin ja habe ich überhaupt noch mal die Bolling-Kurse nun hoffentlich nicht das ist eine Bollingkugel Nö er hat seine Kugel in der Hand What's up Ah Oh mein Gott eine Kugel Please no tell why we are on the recording Nr Ich brauch ähm die Glamour Ich dachte du brauchst Ich will nicht sag nichts Ich dachte brauchst Kugeln Das war schon mal eine Alpenetration Alter was ist mit dir los? Joshi Hey Deine diegels sind nur voll Danke Naja fast voll Nein ich kanns nicht Ok Ja gut Ab geworden Was stimmt jetzt alles Mann ich will meine diegel zurück Gamer ich habe keine Ahnung, das war richtig er sagte, so habe gewonnen und dabei haben noch zwei Traitor gewonnen Leute, das war eine Forderung ich habe gedacht, jemand war noch am Leben Alter, ich habe das voll nicht einfach mal, die sind alle tot man hört, die sterben oder ich habe aber nicht gehört ich habe zwei Leute gehört und dann hat, ich glaube, Gamer hat dann noch, hat Schildi noch getötet nee, ich habe Bühler getötet Max hat es draufgeschossen worum ich heißt, wäre Dog trapp�os ein Kostner ich weiß nicht, ob ich vielleicht geschrieben er pardon er ab el Beine Reaktion er hatte nur etwaseonenden exaggeration der größer Armor es ist hier schon klar auf welchem Klo ist er? äh Frauenklobehinderten Klo bitte Auge! Auge!